So, jetzt hier die Komet Ringraketen mit dem sehr schiefen Stab. Mal sehen wie das wird hier. Ja, war schon mal ein schöner Ring. Kommt aber nicht an Niko ran. So, dann hier die Rote. War auch nicht schlecht. Dann die Goldene. So, und jetzt nochmal zum Schluss die zwei letzten Rot und Golden. Na, wenn man sie billig bekommt, kann man sie mitnehmen, sonst nicht. Nichts.